ja hallo und willkommen hier zu diesem video und heute stelle ich euch mal meinen breakdance number one im bau vor also wie ihr seht ich habe schon den anhänger fertig den gesamten mittelbau und einen ausleger habe ich auch schon soweit fertig ja ich habe bei diesem modell jetzt insgesamt drei motoren verbaut es wird über eine fährsteuerung gesteuert mit einem empfänger und den rest seht einfach selbst wenn ihr fragen habt fragt einfach in den kommentaren und ansonsten würde ich sagen war es das jetzt schon viel spaß noch mit dem rest des videos und bis zum nächsten mal so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018